Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ja, ihr seht, technische Probleme haben wir hier. Christoph sieht aus wie so ein Jedi-Ritter. Hallo Christoph. So ein verswommenes Bild, aber den Ton sieht man. Das ist schon mal ganz gut. Ja, also du kannst mich hören. Ja, wir können dich gerade so hören. Wir haben natürlich einiges vorbereitet gehabt. Folien, das kriegen wir jetzt hier heute auch nicht gebacken. Aber wir werden die Sendung hier auf jeden Fall gut über die Bühne kriegen, denke ich mal. Oder Christoph? Und vielleicht können wir die Folien auch danach einfach reinsetzen. Da kann sie sich jeder noch angucken. Ja, genau. Weil heute haben wir nämlich ein Thema, das hat sich einfach so ergeben. Eigentlich wollten wir ja nicht mehr irgendwas Unappetitliches nach dem Insektenvideo und dem synthetischen Fleisch bringen. Doch haben uns sehr viele Fragen wegen eines neuen Konservierungsmittels namens Appell erreicht, sodass wir heute etwas darüber erzählen wollen. Christoph, jetzt haben wir natürlich keine Folien, aber ich denke mal, du hast heute so lange an den Folien gearbeitet, dass du das alles im Kopf hast. Ja, und ich habe sogar die ganzen Folien zweimal geschrieben, weil es einmal gecrasht ist. Ja, heute ist kein guter Tag hier. Aber wie auch immer, ja, dieses Appeal, was im Moment überall in den Supermärkten dabei zu sehen ist. Du hast ja auch noch einen schönen Trailer eben dazu eben ausgepackt. Den können wir, glaube ich, dann auch irgendwann spielen. Den werden wir gleich spielen. Ja, das ist eine neue Konservierungsmethode, die einfach im Moment da ist und das testen eben alle Lebensmittelgroße im Moment und bezeichnen es als eine innovative Schutzschicht, die die Früchte länger frisch halten soll. Und die Hülle kann sogar bedenkenlos mitverzehrt werden. Da kommen wir gleich drauf, ob das auch wirklich so empfehlenswert ist. Ja, ich meine, Appeal gibt es ja jetzt seit 2018, doch kommt es gerade auch in allen deutschen Supermärkten. Ich kann dir mal kurz einen Trailer oder ich kann den Zuschauern mal einen ganz kurzen Trailer von dem Supermarkt, der das jetzt gerade so groß promotet. Einfach mal, schauen wir einfach mal rein jetzt. Unser Obst ist besonders lang haltbar, denn es ist geschützt mit Appeal. Appeal ist eine Schutzhülle auf pflanzlicher Basis und hält Obst deutlich länger frisch. Länger genießen, weniger wegwerfen. Jetzt bei Edeka und bei Netto. Ja, Christoph, was ist das überhaupt? Ja, da kommen wir gleich drauf. Wie gesagt, 2018 kam das zum ersten Mal eben auf. Ich habe aber davon bis vor ein paar Wochen eigentlich noch nie was gehört. Und vor allem auch im Supermarkt noch nicht die Aufkleber da drauf eben gesehen. Ich habe auch ein paar schöne Bilder von Folien eben dabei von den Obst- und Gemüsesachen mit dem Aufkleber. Zum Beispiel bei Edeka kann jeder mal gucken, wenn es nächstes Mal einkaufen geht, dass da jetzt Appeal drunter steht. Und das sind der Europäischen Union in Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich im Moment eben zugelassen für Avocados, Zitrusfrüchte, Mangos, Papayas, Melonen, Bananen, Ananas und Granatöffel. Das heißt also, ihr seht, das ist für Sachen, die bei uns hier erst noch geschält werden müssen. Aber in Amerika hat es bereits die Zulassung für alles. Und wie ihr gerade gesehen habt, ist es wohl auch eben perfekt und problemlos eben dabei zu essen. Und die Versprechen, die das Ganze eben mit sich bringt, da gibt es eine ganze Menge. Und wo ist das jetzt überall zugelassen? Also du hast gesagt Amerika und bei uns, ich sehe ja auch mittlerweile Früchte überall, es sind Aufkleber drauf. Du musst ja aufpassen, dass sie nicht mit ist hier. Ja, also wie gesagt, ist eigentlich fast in der gesamten EU auf jeden Fall zugelassend und deswegen auch in Deutschland in jedem Supermarkt zu finden. Und was sollen jetzt so speziell die Vorteile davon sein, von diesem Peel? Also wir haben ja gerade eben schon ein paar Sachen bei dir im schönen Trailer eben dabei gesehen. Aber der Verpackungsmüll, also weniger Plastik, weil das erspart eben die Plastikummantelung eben dabei. Die Lebensmittelverschwendung kann dadurch reduziert werden, wenn Obst und Gemüse länger haltbar sind. Und es sollte es möglichst sein, exotische Früchte künftig per Schiff statt per Flugzeit zu transportieren, weil es ja länger haltbar ist. Und auf jeden Fall ist es mindestens doppelt so lange haltbar. Aber es gibt auch noch erste Meldungen, dass das ein Vielfaches davon eben ist. Und bald werden wir also nicht nur eben die in Schale befindlichen eben dann bei uns im Supermarkt sehen, sondern auch die Kernops-Sachen. Das ist der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt. Ich möchte den Zuschauern einfach nochmal kurz zeigen, wie das so gedacht ist. Und Christoph, wir können nicht mehr reden. Also das sind jetzt die Avocados, von denen du da geredet hast. Und gerade wenn man die jetzt so lange, da stehen auch die Tage, wie lange die jetzt da liegen, Äpfel. Ja, auf der rechten Seite sieht man schon die Aufkleber. Und Zitrusfrüchte, hast du auch gesagt. Ja, die halten natürlich auch viel, viel länger. Das sieht schon beeindruckend aus. Das sieht schon beeindruckend aus. Ja, kommt mir bald so vor wie bei McDonalds, dass du den Hamburger ein Jahr später aus der Schublade rausziehen kannst. Und das sieht auch noch so aus. Also aus was besteht denn dieses Appeal? Ja, also das ist ganz interessant. Da musste ich erstmal auf die Website von Appeal dazu eben gehen, weil die Artikel sind da nicht besonders informativ. Aber Tatsache ist, auch Appeals Website ist nicht besonders informativ, was das angeht. Da steht nämlich drauf, besteht vollständig aus einer Mischung von lebensmitteltauglichen Glycerolipiden, die aus essbaren Pflanzenölen gewonnen werden. Besonders den Lebensmittelzusatzstoffen Mono und die Glyceride von Fettsäuren, die den Spezifikationen des Food Chemical Codex von der WHO, von der FDA und der Europäischen Union entsprechen. Dieses Produkt ist für die kundenspezifische Anhängung bestimmt und erfordert spezielle Misch- und Anwendungsverfahren. Es soll von Appeal Science Mitarbeitern oder von Appeal Science geschulten Personen angewandelt werden. Also schon mal interessant. Wir kommen gleich drauf, was es mit den Glycerolipiden so auf sich hat. Aber es klingt ja eigentlich ganz gut, dass es einfach nur aus essbaren Pflanzenölen gewonnen wird. Steht auch drauf, ist nicht genetisch modifiziert, eben dabei gewonnen. Also es gibt tatsächlich eben zwei Anwendungsbereiche. Das eine heißt Invisapil und das andere Edipil. Das sind alles sehr schöne Namen. Ja, Invisapil ist das unsichtbare PIL und das andere Edipil, das essbare PIL. Also die Hut ab vor der Werbeagentur. Also wirklich, ja, das ist schon eine coole Sache, wie die die Aldi-Sachen nennen. Das Invisapil ist das Erste. Das kann wie alles andere auch bereits auf den Pflanzen, auf dem Feld gesprüht werden. Und das Edipil wird dann nach der Ernte aufgetragen. Also so ein Zwei-Komponenten-Prozess. Zwei-Komponenten-Prozess. Also ich weiß nur, ich war mal 2016, also 2018 gibt es dieses Appeal. und 2016 war ich mit der Familie in den USA und da in den Supermärkten waren die Äpfel alle schon umhüllt mit irgendeiner Schutzschicht. Und die konntest du auch mit dem Fingernagel schön problemlos abreiben. Ich weiß nicht, ob das hier auch möglich ist. Das kannst du bei der nicht. Es ist nicht mehr reibbar, abwaschbar, gar nichts. Es bleibt drauf. Gar nichts. Das kannst du gar nicht mehr abwaschen. Und das ist auch schon mal eine interessante Sache. Du hast gerade eben von diesen zwei Stoffen dann erzählt. Was sollen denn die beiden Stoffen jetzt bewirken? Ja, also wie gesagt, die sollen eben dabei als Konservierungsmittel eben dann dienen, um das äußere Erscheinungsbild der Frucht und des Gebüses frisch zu halten, Pestizide zu ersetzen, um eine physische Barriere für Schädlinge zu schaffen und Fungizide zu ersetzen, um zu verhindern, dass zum Beispiel der Anthraknose-Pilz die Avocado schrumpfen lässt. Also es klingt ja eigentlich ganz gut, dass man sich dadurch die anderen Sachen auch alle sparen könnten. Aber wenn du Glycerolipide einfach mal eingibst, ich habe das dann mal auf PubMed, da gucke ich ja immer nach Studien für alles eben dabei, das ist mal täglich Brot da drauf zu gucken. Und da bin ich auf eine interessante Studie von 2018 gestoßen und die heißt Glycerolipid Metabolism and Signaling in Health and Disease. Also Glycerolipide-Stoffwechsel und Signalgebung in Gesundheit und Krankheit. Und da steht tatsächlich im Abstract obendrauf schon, was sehr interessant ist, dass in diesem Artikel erörtert wird, dass Veränderungen im Glycerolipid-Kreislauf an der Entstehung von tödlichen Krankheiten wie Fettleibigkeit, Typ 2 Diabetes und Krebs beteiligt sind. Das heißt also, die erste Frage ist natürlich, da hast du schöne Fette drin, klingt ja eigentlich ganz gut, die kommen in allen Pflanzen vor. Dann steht aber, wenn du allein auf Wikipedia dir Glycerolipide anguckst, dann sind es die Bausteine von unseren Membranen. Das heißt, es ist um jede Zelle und um Neuron oder eine Zelle eben in deinem Bauch. Das ist überall eben mit dabei. Und auch ein Thema, es ist natürlich auch in der Hülle von den ganzen Darmbakterien. Und dazu habe ich absolut gar nichts gefunden. Also zu den Effekten auf Darmbakterien null Information, außer, dass das alles eben diese pflanzlichen Fette sind. Und dazu muss man auch wissen, nicht nur, dass es natürlich einen Unterschied macht, welche Glycerolipide. Es gibt eine ganze Menge davon. Die einen sind am Gehirn mehr beteiligt, die anderen in Nervenzellen in der Peripherie, die anderen eben mehr auf Immunzellen, was auch immer. Die haben alle unterschiedliche Bedeutung. Also ich müsste zumindest mal wissen, welche Fette das sind. Das ist aber anscheinend Betriebsgeheimnis. Das wird nämlich nirgendwo eben dabei eben erwähnt. Und dann natürlich das Nächste ist auch, wenn du, das wissen wir ja auch, wenn du ein Fett nimmst und erhitzt es, dann kann ja daraus so ein Transfett eben dabei eben entstehen. Und du kannst niemandem erzählen, dass eben, ja, ein Sonnenblumenöl oder ein Olivenöl, wenn es dann eben erhitzt, dasselbe Öl ist wie nicht. Wir wissen also im Moment noch nichts über den Mechanismen und wie es überhaupt hergestellt wird. Und wie du selbst auf den Bildern siehst, es sieht nicht unbedingt aus wie eine Fettschicht. Es sieht tatsächlich eben aus wie ein normales Obst und Gemüse. Du siehst es kaum. Aber es glänzt ja meistens immer so. Das glänzt normalerweise, aber das glänzt überhaupt nicht. Das glänzt gar nicht. Das glänzt gar nicht. Also wie haben die das hingekriegt, dass das dann auch komplett drumherum dabei eben ist? Und in welcher Form liegt das Fett eben da? Wenn der Ausgangsstoff eben dabei eben mit Fett ist, heißt ja noch nicht, dass das Endprodukt, was dann da ist, genau dasselbe ist. Und wenn wir wissen, dass das wirklich tatsächlich, wie in diesen Studien eben gezeigt, dass Veränderung in diesem Glycerolipid-Metabolismus, also den Satz, den musste ich mir dreimal durchlesen, an der Entstehung von tödlichen Krankheiten eben beteiligt ist. Das ist schon eine krasse Nummer. Also wir können uns natürlich fragen, was ist daran so unauffällig, wenn wir das essen dürfen? Ich möchte gerne wissen, was für Studien sind da wirklich eben gemacht? Ich möchte gerne wissen, um was es eigentlich sich dabei handelt und was für Studien, das ist alles Betriebsgeheimnis, eigentlich gemacht wurden, um auszuschließen, dass das unseren Mikroorganismen im Darm, dass das unseren Nervenzellen, unseren Herzzellen, unseren Immunzellen nicht auch eben dabei eben schaden könnte. Also für mich gibt es da im Moment noch eine Menge Fragezeichen. Eine Menge Fragezeichen. Ja, welche Fragen sollten wir jetzt der Aufsichtsbehörde mal so stellen? Also ich bin ein bisschen durch alles durchgegangen und bei mir gibt es mir wirklich im Moment ein paar sehr große Fragen. Also A, welche Glykolipide sind denn eigentlich verwendet und wie sind sie verändert worden? Und dann natürlich eben, welche Chemikalien verwendet das Unternehmen, zum Beispiel Lipide und Glycerolipide aus Pflanzenresten zu extrahieren, weil das quetscht du ja nicht einfach raus. Die werden einzeln durch Chemikalien dann mal rausgeholt. Und was bleibt davon übrig? Wissen wir auch nicht. Und woher bezieht das Unternehmen überhaupt die übrig gebliebenen, bereits verarbeiteten Pflanzenmaterialien, die es verwendet? Und wie ist die Qualität dieser Pflanzenmaterialien? Wissen wir nichts. Welche Chemikalien werden möglicherweise bereits bei den Pflanzenmaterialien selbst verwendet? Steht nämlich auch nichts davon drin, ist wahrscheinlich auch Betriebsgeheimnis, die dann in der MP-Lösung für Bio-Lebensmittel enthalten sind. Also auch da, es ist bereits für Bio-Lebensmittel zugelassen. Zum Glück muss noch was draufstehen, dass das ist. Aber wenn man weiß, dass um eine Zulassung für den Bio-Bereich zu haben, musst du 70% Bio sein. 30% kann egal, was eben dabei eben drin sein. Aber ist das denn überhaupt der Fall? Weil ich sehe nirgendwo ein Bio-Label auf der Verpackung von Appeal. Also das möchte ich auch gerne wissen, indem man einfach nur sagt, es sei einfach Pflanzenreste, ist das dann automatisch Bio. Und wir sollten alle auch bei dem Bio-Gemüse und Obst demnächst mal checken, dass das bloß nicht draufsteht, wenn wir noch ein bisschen Reservierung bei der Sachen haben. Und dann ist das Nächste, das ist ja normalerweise ein Öl, wenn es da mal drauf gemacht ist, wird es verfestigt. Wie sieht denn so ein Verfestigungsprozess aus? Und dann eben sind die Materialien immer aus denselben Quellen und aus organischen Materialien und ändern sich die Ausgangsmaterialien im Laufe der Zeit? Und natürlich, was wir gerade gesagt haben, wenn Glykolopide essentiell für uns sind und an der Entstehung von vielen Erkrankungen beteiligt sind, wie wirken sich denn Modifikationen davon aus? Also für mich gibt es noch eine ganze Menge, wenn etwas so perfekt wie auf dem Video, was du gezeigt hast, eben dann aussieht, gibt es für mich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Und ja, ich hoffe, dass wir damit bald mit den unappetitlichen Ernährungsbeiträgen erst einmal vorbei sind. Aber wir wollen ja auch die Leute erst einmal informieren. Jeder kann sich ja seine eigene Meinung dazu eben machen. Jeder kann sagen, okay, macht mir alles nichts. Die Ursprungssubstanz ist eine Pflanze, also kann nicht schaden. Gibt es mit Sicherheit auch einige? Ja, auf jeden Fall. Und auch das ist okay für die. Aber ich möchte als Konsument, ich möchte immer informiert sein. Und es gibt sehr, sehr viele Bestrebungen im Moment ja, wie du weißt, genetisch modifizierte Lebensmittel. Prince Charles hat gerade eben einen großen Vortrag gehalten, dass es keinerlei Labeling, also keinerlei Kennzeichnung von genetisch modifizierten Sachen geben soll, weil das ein unlauterer Wettbewerb gegenüber eben nicht genetisch modifizierten Lebensmitteln eben sein soll. Dasselbe wird auch mit Appeal gerade. Es ist ja pflanzlich, also müsste man ja eigentlich gar nichts eben darauf machen. Und da müssen wir als Konsumenten schon drauf pochen, dass wir ein Recht haben zu sagen, okay, mache ich oder okay, mache ich nicht mit. Es ist pflanzlich, man muss es mit Schutzkleidung, muss man das herstellen. Das ist schon merkwürdig. Ja, also wenn du mir nachher einen Apfel schälst, möchte ich aber auch, dass du in der Schutzkleidung dastehst. Jetzt kommen wir zu dieser spannenden Frage, wer finanziert den Appeal? Ja, und das ist wirklich eine wunderbare Überraschung. Wer hätte das gedacht? Weil überall wird vermarktet, dass Appeal ein kleines Startup eben dabei eben ist, was man eben gerne eben mit fördert. Du siehst auf der Edeka-Werbung nichts davon, wer dahinter steht, aber dreimal darfst du raten, wer wohl dahinter steht. Du weißt es schon. Ich habe es, glaube ich, sogar in der Videobeschreibung drin stehen. Ja, also man hört uns. Ich weiß nicht, ob das Video dann noch länger hier bleibt, aber ob das gleich gelöscht wird, ich weiß es nicht. Denn tatsächlich ist Mr. Gates eben auch wieder dahinter und wo ist der Mann gerade, was den Lebensmittelmarkt angeht, nicht? Und wo kriegt er gerade wieder eben einen neuen Markt eben dabei eben eröffnet? Die einen sagen, oh, wenn er Gates dahinter steht, ist das ein Qualitätssiegel. Ich habe so in der anderen, für mich ist, wenn das Qualitätssiegel Gates dahinter steht, eher erstmal ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen, ja. Ich glaube, auch Rockefeller hängt da auch mit drin, irgendwie Rockefeller-Stiftung. Ja, die üblichen Verdächtigkeit, ne? Ja, Christoph, was ist jetzt so deine abschließende Meinung jetzt dazu? Ja, wie gesagt, auch wenn ich eine schöne Folie dazu eben hatte, sage ich es euch einfach so. Denn für mich ist alles, was immer auf den Markt in der ganzen Welt gleich eingeführt wird, denn wir sprechen hier wieder von der internationalen Vermarktung eben davon, eine zentrale Regulation. Und wie ihr alle wisst, stehen wir hier mit Vital Life Food oder ich eben auch in der World Council for Health eben für eine dezentrale Versorgung. Jeder sollte lokal eben seine Entscheidungen fällen können und darüber hinaus, wenn wir lokale, dezentrale, traditionelle, biologische, biodynamische und chemiefreie Landwirtschaft eben dabei eben haben, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen, dass die Avocado eben dabei ein paar Monate lang eben auf dem Schiff mit einer Appeal eben immer noch frisch zu uns kommt. Denn wir können sie ja selbst eben dabei eben anbauen. Und es ist einfach wichtig, sich immer wieder Fragen zu den Lebensmitteln zu stellen, die wir essen. Und deswegen machen wir ja auch diese Beiträge hier, damit ihr euch eine Meinung darüber eben machen könnt. Denn wie ihr gerade in dem Trailer gesehen habt, ist schon ein bisschen subjektiv, dass es einfach eine neue Technologie gibt, die toll ist. Und hurra, da dürfen wir alle weltweit gleichzeitig eben kräftig reinbeißen. Also macht euch eure eigene Meinung. Ich habe so meine Meinung. Ich persönlich warte jetzt noch eine Weile, was da rauskommt. Ja. Was ist deine Meinung? Was ist dein erster Eindruck, Ingo? Gut, ich habe jetzt gedacht, das gibt es jetzt schon länger, aber 2018. Und ich kann mich daran erinnern, dass, ich wohne ja hier in einer Weingegend, und dass auch die Wein, dass die Winzer, auch die spritzen natürlich ihre Trauben. Und irgendwie habe ich gehört, dass jetzt ein neues Spritzmittel auf dem Markt ist, was auch die Pflanze schützen soll. Ich weiß nicht, ob da auch sowas drin ist. Sind Gehörntrauben auch dazu? Weißt du was davon? Wenn es Esstrauben sind, werden sie bald auch damit eben versehen werden. Gar keine Frage. Also noch sind es eben die zu schälenden Sachen, aber wie gesagt, in Amerika schon alles andere auch. Das ist eine Frage der Zeit, bis das auch kommt. Ob das jetzt schon, aber bei uns in der Gegend werden ja die wenigsten zu Esstrauben auch verwendet. Aber es werden im Moment eine Menge Sachen getestet. Das stimmt, weil ein paar Patenten sind ja abgelaufen, ein paar Mittel sind auch jetzt in der Zwischenzeit eben verboten. Es muss sich wieder was tun in der Szene. Also es bleibt spannend. Ich fand es bloß immer so eklig, dass man einen Apfel isst und vorher das alles abschälen konnte. Oder abkratzen konnte mit dem Fingerlakel. Und wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist, dann möchte ich eigentlich solche Äpfel gar nicht mehr essen. Also wäre auch mein erster Instinkt. Aber wie gesagt, überlassen wir es den weiteren Sachen. Nur wenn wir wissen, wie lange eben die Entstehungszeit eben gerade von Krebs und anderes dabei eben ist. Wir sprechen von Jahrzehnten. Dann sind wir, würde mich mal interessieren, ob man in den 60er Jahren tatsächlich das Ganze so entwickelt und getestet hat. Ich bezweifle es und ich möchte auch ganz gerne eben sehen. Ich bin ja kein Freund von Tierversuchen. Aber ist sowas überhaupt gemacht worden? Gab es dabei irgendetwas? Alles so etwas ist heutzutage immer Betriebsgeheimnis. Und so etwas darf es meines Erachtens auch nicht geben. Ich glaube, wir brauchen eine Offenheit. Nicht nur, dass wir ja wissen, dass die ganzen Regulationsbehörden in der Zwischenzeit komplett von der Industrie finanziert sind. Die eben meist zu 90 Prozent eben von der Industrie eben finanziert. Da können wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass da irgendwas deswegen als sicher einstufbar eben ist. Sondern die wiederholen einfach die Zulassungsstudien eben von der Industrie eben gesagt haben. Aber ich möchte gerne wissen, was das überhaupt eben sind. Und ich werde die auch mal anschreiben, um zu fragen, ob sie sie mir geben. Dann werde ich auch mal darüber eben berichten. Ja, super. Super tolle Sache. Und Christoph, ich weiß nicht, die Präsentation, sollen wir die unten drunter posten? Ja. Wenn sie nicht verschwunden ist bei dir, ich weiß es ja nicht. Ja, wenn sie nicht verschwunden ist. Also, wir können ja die Zuschauer fragen, ob sie das noch brauchen. Eigentlich hast du alles gesagt, genau. Ja, eigentlich haben wir es trotzdem noch hingekriegt. Also, die Internetleitung hat gehalten, auch wenn ich dir sagen muss, ich bin gerade im Moment auf dem Mars. Und deswegen ist die Verbindung so schlecht. Ja, hat sich ein bisschen verbessert. Was mir gefällt, ist, dass jetzt auch etliche Zuschauer unter dem Video auf YouTube kommentiert haben. Auch wenn sie nur gefragt haben, wann geht es los, wann startet es. Aber so wissen wir wenigstens, dass wir auch Zuschauer haben, wenn wir hier live gehen. Und das ehrt uns sehr, dass die Zuschauer sich die Zeit nehmen, jetzt hier live bei uns dabei zu sein. Das freut uns natürlich. Und vor allem, wenn sie einen Daumen hoch machen und den Kanal noch abonnieren, dann wird das eine gute Sache. Und wie gesagt, wenn ihr auch gerne in dem Telegram-Chat-Kanal, den Ingo ja eingerichtet hat, wollen wir da nochmal den Link dazu eigentlich posten? Oder kriegen das die Leute einfach so raus? Was? Weil ich finde, diesen Chat-Kanal im Telegram, wo die Leute eben auch diskutieren können, finden die den jedes Mal gut? Weil wir hatten ja auch eine Frage jetzt. Ich würde es mal posten, dass man da auch diskutieren kann. Ja, weil ich finde es gerade sehr kreativ und ja, ganz tolles Feedback. Und wir lernen ja auch gerne von euch. Und ja, lasst uns einfach in Kontakt bleiben und tauscht untereinander aus. Wir sind auch immer erfreut über jegliche Informationen, die wir von euch kriegen. Und ja, vielen Dank für eure Zeit heute. Und ja, sorry mit der Übertragung. Ich habe keine Ahnung, was hier nicht stimmt heute. Aber es hat ja doch noch geklappt. Das freut mich. Wenn du über Bill Gates und Co. sprichst, dann klar, Christoph, dann wirst du attackiert bei dir zu Hause. Ja, wir kriegen jetzt auch schönes Feedback. Die Sonja schreibt, danke, sehr interessant. Vielen Dank für die Information von der Hydron. Und ja, vielen Dank für eure Arbeit von der Petra. Das freut uns. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Okay. Und Christoph, du wirst mal gucken, dass deine Internetleitung wieder ein bisschen besser wird hier. Allerdings. Ja. Falls ich nicht mehr raus runter bin. Genau. Komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich jetzt auch so. Dann sagen wir Tschüss und schönes Wochenende. Ebenfalls. Tschüss. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.